Ja, hallo, mein Name ist Andy Ulitzka und ich möchte jetzt einmal über den Passwort-Butler sprechen, den ich jetzt seit 55 Tagen im Einsatz habe und warum ich so begeistert von diesem Tool bin. Ich möchte jetzt hier allerdings keinen Verkaufsfilm daraus machen, sondern einfach nur mal aus der Praxis erklären, wie es funktioniert. Denn die Zeit, die ich mit dem Passwort-Butler bisher eingespart habe, die ist sensationell. Und vor allen Dingen so diese Ruhe. Also viele kennen das ja vielleicht. Man muss schnell auf irgendeine Seite rein, dann sucht man das Passwort, hat das irgendwo abgespeichert, muss das wieder rausfinden, entweder auf dem Zettel oder vielleicht in einer E-Mail oder muss das Passwort zurücksetzen oder, 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 was auch immer. Und das macht einen wahnsinnig. Also ich habe es nachher gehasst. Ich kann jetzt sagen, ich habe mittlerweile in dem Passwort-Butler 105 Einträge drin. 105. Ehrlich gesagt, wenn man mich vorher gefragt hätte, sag mal, wo bist du ungefähr registriert? Bei wie viel, wie viel Sache musst du dir merken? Hätte ich vielleicht gesagt 30 oder sowas. Und das ist noch nicht mal abschließend. Ich füge immer alles, was neu ist, dann einfach da hinzu. Gut, aber schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das in der Praxis aussieht. Ich habe auf meinem Desktop dieses kleine Passwort-Butler-Icon und das klicke ich jetzt an. Und dann muss ich das erst bestätigen, dass ich das auch nutzen möchte. Ja, das möchte ich. Und nun öffnet sich der Passwort-Butler unten bei mir in der Navigationszeile. Das könnt ihr gerade nicht sehen, aber wenn ich da jetzt draufklicke, dann sieht man schon, was kommt. So, natürlich muss man sich auch in den Passwort-Butler anmelden, ganz klar. Dafür empfehle ich doch auf jeden Fall ein sehr, sehr sicheres Passwort. Ganz klar, also mit vielen verschiedenen Zeichen und Dingen. Und dann klicke ich auf Daten laden. Also eine ganz einfache Geschichte. Das, was man jetzt hier sehen kann, das ist eine Aufzählung, so wie ich sie mir selber dorthin gebaut habe. Für mich war das ganz sinnvoll, das so zu machen, denn damit habe ich die beste Übersicht, so wie ich sie brauche. Ja, und wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Punkt eins ist erstmal, das wissen auch nicht viele, ich kann den Passwort-Butler auf verschiedenen PCs anwenden. Ich habe zum Beispiel einen ganz normalen PC, dann habe ich noch zwei Notebooks. Ja, und was ist, wenn ich jetzt von dem einen Passwort woanders rüber holen muss? Grauenhaft. Oder ich habe die Situation, dass ich die alle schon abgespeichert habe, irgendwo im Browser, nicht? Passwort speichern, das kennt man ja. Nur, dann habe ich Millionen von Daten dort drin und bei mir führt das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir führt das dazu, dass ich dann einen relativ langsamen Browser habe und das nervt mich auch total. Und ich habe auch gar keine Lust darauf, dass das einfach alles dort so, naja, öffentlich ist. Also jeder, der in den Rechner geht, hat sofort Zugang quasi zu allen Konten und allem Möglichen. Nee, das muss nicht sein. Deshalb gehe ich sehr oft in den Verlauf rein, lösche den Verlauf komplett. Das habe ich diesmal auch gemacht, damit man jetzt mal sehen kann, wie das wirklich aussieht. Also für mich das Erste ist immer meine Zeiterfassung. So, jetzt sieht man hier, da ist in den Feldern, es steht noch gar nichts drin. Das müssen wir jetzt natürlich erstmal einfügen. So, wie geht das jetzt? Der Benutzername und Kennwort ist bereits im Zwischenspeicher hinterlegt. Das ist passiert in dem Augenblick, als ich hier bei der Zeitauffassung auf Doppelklick, also einen Doppelklick gemacht habe. Jetzt klicke ich da mal drauf und füge dann, drücke die Tanzstelle Insert oder Einfügen. Wupp, und das war's. Ist das nicht geil? Ist das nicht total abgefahren? So, jetzt kann ich das natürlich auch speichern. Klar, mache ich natürlich gerne. Und jetzt gibt es ja viele Leute, die dann immer erstmal gucken wollen, was ist denn überhaupt bei Facebook los? Ich habe hier meine Communities angelegt, super praktisch, angeklickt. Und jetzt sage ich, okay, wieder einfügen und Wupp, angemeldet bleiben. Zack, bin ich drin. Und jetzt stelle ich fest, oh Mensch, ich möchte mal irgendwas ganz Buntes jetzt mal posten und brauche dafür ein eigenes Bild. Dann gehe ich unter Ein- und Verkaufen, habe da mein Fotolia. Genau, da laufen sowieso bald ein paar Bilder ab. Zack, wieder einfügen, drücken und Bumm, bin ich drin. Also das ist der absolute Wahnsinn. Und so habe ich hier drin auch meine Foren zum Beispiel. Das ist auch super praktisch. Wenn ich jetzt sage, Mensch, du, da muss ich mal schnell irgendwas nachschauen. Zack, bin ich drin. Gesehen, wie schnell das geht, ist doch der völlige Wahnsinn. Die Partnerprogramme, sämtliche Videoportale sind hier da drin. So, klicke ich einfach an. Okay, E-Mail einfügen. Wumm, und schon bin ich wieder drin. Und dann kann ich sofort schauen, was ist da los, was habe ich da momentan abgespeichert, so Passwort speichern. Also das ist wirklich, das geht in einer Geschwindigkeit. Das ist der absolute Hammer. Ja, und was habe ich noch gemacht? Das klicken wir jetzt mal weg. Also Vorteil erstmal behaupten, dass es auf zwei PCs läuft. Das heißt, habe ich auf den einen die Daten synchron, sind die automatisch auf dem anderen auch. Das ist der Hammer. Ich für mich habe es mir jetzt noch ein bisschen leichter gemacht. Und zwar gibt es hier Option Einstellungen. Da kann man die Daten exportieren. In dem Augenblick, wenn ich da drauf drücke, dann kann ich diese CSV-Datei abspeichern. Und die kann ich zum Beispiel mit Excel öffnen. Also so habe ich das jetzt gemacht. Und dann kann ich diese Datei einfach mit neuen Passwörtern und sowas befüllen. Also da an die Stelle, wo die anderen schon sind, füge ich die einfach hinzu. Und dann klicke ich hier wieder auf Daten importieren und die alten ersetzen, weil das ist dann immer eine Tabelle. Und so ist das dann passiert, dass ich mittlerweile 105 Einträge habe, megamäßig viel Zeit spare. Und das ist eine absolut coole Geschichte. Ja, für mich natürlich als Software-Tester auch immer ganz, ganz wichtig. Wie sind denn die Ausfälle von der Software? Wie stabil läuft die? Kann ich sagen, bis heute habe ich noch gar keinen Ausfall gehabt. Und wie jeder sehen kann, nutze ich dieses Teil jeden Tag zigfach, zigfach und noch mehr. Also es geht überhaupt gar nicht mehr ohne. Wenn ich jetzt mal nach dem Passwort gucken will und ich will schauen, was steht denn eigentlich dahinter, hier zum Beispiel bei der Zeiterfassung, dann kann ich hier auf dieses Icon, da kann ich quasi diese Nummer, man sieht es am Stift, zum Bearbeitungsmodus. Und wenn ich dann hier mit Doppelklick draufklicke, dann öffnet sich dieses Feld. Und ich kann hier sehen, das ist auch total toll, die Website. Wo ist das? Der Name, dann habe ich ja verschiedene Kategorien eingefügt, die man hier sieht. Also numerisch geordnet. Ich denke, so sieht das bei jedem Nutzer wahrscheinlich auch aus, mit anderen Prioritäten vielleicht. Dann hier das Passwort, da kann ich auf Anzeigen klicken, dann kann ich mir das anschauen. Das werde ich natürlich zensieren. Und kann noch weitere Passwörter und Dinge hinzufügen. Dann wieder einfach auf Speichern oder hier in dem Fall zurück. Ja, Fazit. Dieses Produkt könnte 500 Euro kosten. Es würde sich lohnen und rechnen. Zumindest für jeden Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige, jeder, der also seine Zeit gut einteilen muss. Wenn man sich das so einrichtet, ist das super, super übersichtlich. Kommt alles rein nach Kategorien. Also ich suche hier definitiv nicht mehr lange, egal was ich brauche. Und die Zeitersparnis ist natürlich bei jedem anders. Aber es gibt ja viele Leute, und da warne ich auch davor, die sagen, ich habe so quasi mein Universalpasswort. Ja, viel Spaß dabei, wenn das einmal irgendwo gehackt wurde. Denn das wird von entsprechenden Hackern ausprobiert, das woanders auch zu nutzen. Deshalb unterschiedliche Passwörter. Und je kryptischer und besser die sind, desto schlechter lassen die sich merken. Das ist nun mal halt einfach so. Und aus dem Grund ist diese Software ideal. Ich gehe relaxt an die Sachen ran. Ich bin auf zwei PCs unterwegs, bin turboschnell damit. Ja, macht mich glücklich, das Tool. Und wie gesagt, ist jeden Cent wert, weil die Zeit holt man jeden Tag einfach wieder rein. Gut, das von mir aus. Ich hoffe, das war nicht zu umfangreich, aber für so ein geiles Tool musste das mal gesagt werden. Vielen Dank an TopEffektiv und Norbert Kläuber für solche tolle Ideen. Ich habe es übrigens auch schon verglichen mit anderen Produkten, die ich vorher hatte. Also die, die zum Beispiel bei Kaspersky, die da schon mit drin sind. Also in der Sicherheitssoftware, man muss sagen, das war mir zu umständlich und nicht praktisch genug auf mehreren Rechnern und so weiter. Also hier hat man den Vorteil, wirklich alles in allem, was man braucht. Also was ein Nutzer wie ich brauche. Und ich glaube, davon gibt es Millionen Nutzer auch da draußen. Viel Spaß euch, viel Erfolg mit dem Passwort Butler. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.